Ein herzlich erfrischendes Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Planet Zoo, zu logischer Wetternmack. Jo, wir sind zurück, ihr seid zurück, ich bin wieder zurück und ich verbessere jetzt erstmal hier die Sachen, die ich letztes Mal vergessen habe in der letzten Folge. Allerdings, es sind halt nur so ein bisschen die Dächer und es sind so ein bisschen, ich ändere noch so ein bisschen den Goldweg und ich ziehe hier diesen Unterbaum ein bisschen weiter. Ich habe ein bisschen Feedback gekriegt für das Ameisenbärengehege, deswegen habe ich da noch zwei, drei Pflanzen mehr mit reingemacht, um zu versuchen, dass es noch ein bisschen mehr dschungelig aussieht. Ich finde es gar nicht so mega schlecht, man muss ja auch bedenken, es ist natürlich auch immer noch ein Zoo, das heißt, dass es so ein Gericht sein soll, dass die Besucher da immer noch reingucken können. So, man kann das noch so natürlich wie möglich machen, man darf nicht vergessen, es ist halt immer noch ein Zoo und da sollen die Leute reingucken. Und das ist auch wichtig für das nächste Gehege, weil das nächste Gehege wird das Jaguar-Gehege. Und dann gucken wir mal, was danach noch passiert. Ich habe dann ja eigentlich nur noch zwei Tiere nach vom DLC. Ich habe auch ein paar andere Ideen für die nächsten Projekte quasi, also ich werde den Zoo hier noch weiterbauen, aber eventuell, dass da so zweimal die Woche oder so was anderes noch kommt, anstelle von diesem Video dann hier oder von diesem Zoo. Ich habe jetzt ein paar Probleme mit dem Fluss. Ich kriege es irgendwie nicht so richtig hin, dass das Wasser so schön hoch geht. Das liegt glaube ich daran, dass er irgendwo über die, über das, wie nennt sich das denn, über den Ausgang des Flusses geht oder so. Das ist ein kleines Problem, aber das gucke ich mir dann nochmal an, weil der Fluss soll natürlich auch noch hier zu den nächsten Tieren kommen, zu den Jaguaren. Dafür habe ich mir ein paar Bilder im Internet angeguckt von Jaguar-Häusern. Und ja, ich weiß, die sind auch immer noch viereckig. Allerdings baue ich hier die Mitarbeiterhütten so ein bisschen ein und durch das neue Update, was sehr, sehr cool ist, dadurch, dass das ja dann ein bisschen offener ist, beziehungsweise dass man 50% des negativen Einflusses von Personalgebäuden minimieren kann, finde ich das ziemlich cool. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt, wie so ein Jaguar-Haus aufgebaut sein kann. Hier könnte man eventuell sogar noch den Frosch reinmachen. Habe es jetzt allerdings noch nicht getan, weil ich dachte, okay, das passt vielleicht nicht so mega gut dahin. Ich möchte ja auch noch so ein Südamerika-Haus machen oder so. Aber ja, jetzt baue ich ja einfach mal so ein bisschen das Haus, spiele so ein bisschen mit dem Holz und dem Tempelstein und habe so gemacht, dass da drin so ein kleiner Bereich ist, wo die Jaguare reinkommen und dann ein Bereich, wo die Mitarbeiter sind und ein Bereich, wo die Besucher sind. Das sind die Bereiche in dem Haus. Das Haus wird nicht hier stehen, das wird auf der anderen Seite des Flusses stehen und dann wird der Fluss so eine kleine, so einen kleinen, wie nennt sich das, See erstellen, wo dann die Jaguare drin schwimmen können. Dieses Holz hier stört euch nicht daran, ich werde es noch ändern. Guck mir so ein bisschen die neuen Glaspieces an, die richtig, richtig cool sind, das mal so ganz nebenbei. Die machen auf jeden Fall relativ viel Spaß. Änder dann das Dach zu diesem Holzdach, was wir schon in den anderen Gebäuden haben und mache das so ein bisschen, ja wie nennt sich das, also dass es ein bisschen hoch und runter geht das Ganze. Mir fällt auf, ich hätte da drin eigentlich das alles schon einrichten müssen. Ich mache das gleich noch nach drin, aber das dauert in meiner Welt deutlich länger als das, was sich hier dauern wird. Und ich habe da auch so ein paar Probleme hier mit dem Platzieren dieser Hölzer, aber es ist dann doch relativ schnell, wenn ich das hier sehe, aber in meiner Aufnahme war das sehr, sehr lang. So, ich glaube jetzt sehe ich auch, dass die Hölzer nicht passen, oder? Oder sehe ich das erst später? Ich sehe es glaube ich erst später und dann ändere ich die Hölzer noch. Diese grünen, türkisen Hölzer da, die passen überhaupt nicht. mache ich ja noch die besten Sachen fürs Dach, aber das Dach mache ich ja noch ab, sodass das besser läuft für, also dass es besser aussieht. Nehmen hier nochmal so Holzdinger, ich hoffe auch, dass da die Tiere nicht dran hochklettern, aber das geht gar nicht, weil die, weil die Hölzer da so sind, dass die da nicht hochklettern können. Warte, dass die Gehegebarriere ist gleich. Aber das werdet ihr ja noch sehen. Mache natürlich auch wieder ein bisschen Glas rein ins Gebäude, weil ich finde, das sieht einfach immer am schönsten aus. Das gibt immer das beste Resultat, wenn da auch ein bisschen Licht reinkommt. Entscheide mich sogar dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Licht reinmachen und das sieht auch am besten, wie gesagt, sieht halt immer ganz, ganz schön aus, wenn da ein bisschen Licht reinkommt in die Tierhäuser. Und das hier ist ja halt auch ein richtiges Haushaus und ich weiß, es ist viereckig und so weiter und so fort, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist halt so ein großes Katzenhaus. Das ist ein bisschen anders als bei den Löwen, es ist anders als bei den Geparden und so. Hier haben wir halt wieder ein richtiges Haus und sogar so ein Tierhaus, wo die reingehen können. Ich weiß gar nicht, ob wir das sonst irgendwo hatten in diesem Zoo bis jetzt, wo Häuser sind, wo die Leute reingehen können. Ich glaube aber nicht. Und das hier, das dauert halt mega lange, dadurch, dass das Dach da drauf ist, ist die Kameraführung halt auch schlecht und die Führung der Steine ist viel zu schwierig und so. Aber es geht am Ende und dann ist es ganz okay. Ich hätte das auch alles gar nicht zumachen müssen, aber es ist ganz cool. Dann lege ich die hier noch so schräg rüber, finde ich es auch immer ganz nett. Und am Ende des Tages passt das halt auch sehr, sehr gut. Die ganze Geschichte sieht dann ganz gut aus. Ich ziehe das da hoch. Genau, ich vergesse dann, die kurze Seite fällt mir gerade so auf, aber es macht glaube ich gar nicht, es sieht glaube ich gar nicht so blöd aus. Ich stelle das Haus hier hin, ändere das Haus glaube ich aber auch noch ein bisschen, weil das für den Weg ein bisschen besser wäre. Ich versuche hier den Fluss ein bisschen weiter zu ziehen, klette das Ganze aus und dann klappt das mit dem Wasser nicht mehr. Und es ärgert mich total, dass ich hier das mit der Brücke nicht hinkriege und so. Und ihr seht, es ist eine lange Brücke, plötzlich noch eine kurze Brücke. Ich baue jetzt hier eine richtig krasse Brücke dann am Ende des Tages. Das wird dann hier irgendwie so ein Flussdelta oder so, das müssen wir dann irgendwie vernünftig einrichten. Habe auch meine Probleme mit dem Wasser wieder und ja, ich glaube solche Sachen müsste man glaube ich von vornherein gut gebaut haben, als dass sie dann schöner aussehen. Habe dann jetzt hier auch mit dem Grid ein Problem und drehe das Haus dann insgesamt, sodass es mit dem Grid besser passt. Sodass es von drinnen auf jeden Fall hundertprozentig passt. Ob der Rest passt, das müssen andere entscheiden. Hier nochmal Mitarbeitergebäude, einfach damit die bei den, wie nennt sich das, bei den Jaguaren direkt da drinnen sind. Und dass es da direkt reinpasst, quasi. Und ich weiß, die Fassade ist natürlich mega lang und das ist so. Aber ich werde das ein bisschen verstecken mit Pflanzen und dann geht das auch. Hier auf der Seite dann ja das Jaguar-Gehege, Außengehege quasi. Das Wasser ist noch ein bisschen sehr groß, das werde ich alles noch ein bisschen ändern. Dann ziehe ich jetzt erstmal das Dach ab, weil es eindeutig besser ist, drinnen zu arbeiten, wenn da kein Dach mehr drauf ist. Baue ich hier natürlich auch die obligatorische, nennt sich das, Barriere und baue hier den Außenbereich. Das soll nicht so ein mega großes Gehege werden für die Jaguar. Die haben immer noch eines der größten Gehege hier hinten im Südamerika-Bereich. Aber es ist halt verhältnismäßig klein dafür, was man denken könnte, was die Jaguar haben können. Aber die brauchen noch gar nicht so mega viel Platz. Ich muss das hier einrichten mit dem Glas und so und das klappt auch nicht hundertprozentig, aber dann am Ende geht es dann doch. Und wir haben hier eine schöne Glaswand. Das ist so der Innenbereich, wo die Leute gucken können, aber der Jaguar hat hier auch noch einen Innenbereich, wo die Besucher nicht gucken können. Das ist für meinen Geschmack auf jeden Fall ziemlich wichtig. Dann hier den Weg außenrum. Ich muss noch mal gucken, aber ich möchte das ja auch zusammenführen mit der Savanne später. Deswegen passt das dann auch so gesehen ganz gut. Ja, ich mache dann den See hier doch größer. Am Ende mache ich den wieder kleiner, weil die dann sehr wenig Platz haben. Ich nehme mir hier die besten Jaguare und gönne die hier rein. Die Wegführung sieht wie gesagt auch ein bisschen komisch aus, aber es wird am Ende des Tages doch noch irgendwann besser. Nicht bis jetzt. Ich muss den Live-Real-Time-Part noch reinmachen, aber so gesehen ist es eigentlich ganz schön geworden am Ende des Tages. Hier kann ich jetzt das Wasser nicht platzieren und ich wundere mich total. Mir fällt dann später auf, dass ich das da nicht platzieren kann, weil da ein Ameisenbär im Wasser steht. Das weiß ich aber zu dem Zeitpunkt hier noch nicht. Ich denke, ich kann hier das Wasser platzieren und dann kann ich das da nicht platzieren. Das wundert mich total. Und dann sehe ich hier, dass die da sind. Und dann sehe ich da auch, dass der Mitarbeiter da reingeht, den kann ich dann nicht platzieren. Aber ich kann das Wasser dann neu platzieren und dann passt das auch. Da fällt mir dann auf, dass ich gespielt habe. Also, dass die Zeit weiter lief und die Jaguare hätten ausbrechen können. Aber es klappt am Ende dann doch natürlich den Kletterschutz, weil die klettern natürlich auch sehr, sehr viel. Ich entscheide mich nachher auch noch für die Holzpalisade. Da kann man noch ein bisschen was einkleiden, auch gerne auf der anderen Seite ein bisschen mit Mauern arbeiten und so. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Das kann ich alles noch machen. Ich richte jetzt auch noch hier drin so ein bisschen Kletterstuff ein. Ich benutze zum Beispiel einen Blueprint von Planet Zoo. Diesen, wo die direkt nur so Kletterstangen haben. Das sieht halt am besten aus im Hinterbereich, da wo die Besucher nicht reingucken können. Ich dachte erst, ich baue ein bisschen mit dem Bambus. Ich fand es dann doch doof und baue dann doch mit den normalen Kletterstangen. Und finde das auch ganz nett, meiner Meinung nach. Das funktioniert ganz gut. Und mache hier einfach nur so eine Liegefläche für die. Bau drin auch noch eine Liegefläche, wo die sich auch reinlegen können und so. Das soll jetzt nicht der absolut krasseste Kletterstuff sein. Die mögen ja klettern, aber die klettern halt auch hauptsächlich viel auf Bäume, auch im Spiel. Und dann werden wir das auch mal so machen. Es gibt dann ja auch noch die Chance, dass die Albinos bekommen. Also in diesem Fall sind das ja Panther. Und dafür wäre das natürlich cool, wenn ich ihn haben würde. Sind natürlich ein bisschen einfacher im Franchise zu bekommen, beziehungsweise im Sandbox ist es relativ schwierig, Albinos zu züchten. Oder in diesem Fall ja Schwarze Panther. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Das weiß ich noch nicht, ob wir so viel Glück haben. Und im Sandbox kannst du dir die ja auch nicht hin und her traden. Das geht im Franchise natürlich. Nichtsdestotrotz sind die auch sehr selten. Und ich finde auch, dass das tatsächlich eine gute Neuerung ist. Also es fühlt sich zumindest so an, als wären die Jaguare, also die Schwarzen Panther, deutlich seltener als andere Albinos. Und das finde ich ist mal eine gute Sache, sodass man das quasi anpasst, die Drop-Chance für Albinos. Das ist glaube ich eine gute Sache. Hier weiß ich nicht, ob die hochspringen oder ob die einfach nur hochklettern. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Markiere das Ganze natürlich als Gruppe und kann hier dann auch noch so ein bisschen Stuff hinlegen, dass die da hochgehen können. Benutziere glaube ich jetzt den Blueprint. Genau den hier. Aber der passt da einfach ganz gut rein. Bisschen Schlaf-Stuff. Hier natürlich auch wieder Heu. Die Blätter finde ich nicht schlecht, aber ich würde die glaube ich eher für Affen oder so verwenden. Ich glaube hier ist Heu am besten. Wir nehmen uns jetzt auch tatsächlich dem Ende der Timelapse. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Gleich gibt es ein bisschen den Real-Time-Part. Und da richten wir das Gehege dann hundertprozentig ein mit Pflanzen und versuchen außen noch so ein bisschen was zu ändern, denke ich mal. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so ein bisschen davon haltet. Ich weiß, es sieht jetzt nicht super innovativ aus, aber es ist natürlich auch ein Zoo-Gehege. Das darf man nicht vergessen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Zurück im Real-Time-Part. Also dieses Ding hier mit dem, dass es so dreckig ist, die Gehege. Das ist tatsächlich ein Problem, was mehrere Leute haben. Das ist glaube ich etwas, was im Update neu dazukam. Das ist auf jeden Fall ein neues Problem, dass die Gehege zu schnell dreckig werden. Beziehungsweise, dass die so schnell so viel Dreck machen. Das ist ein echtes Problem. Gut, wenn man jetzt natürlich hier die Gehege betrachtet, die anderen, die ich gebaut habe. Wie zum Beispiel das Panda-Gehege und so. Da ist das Jaguar-Gehege natürlich noch nichts dagegen. Aber wir sind ja auch noch nicht hundertprozentig fertig. Versuche so ein bisschen die Wechselwirkung zu machen hier. Hier werde ich noch einen kleinen Weg machen. Hatte ich mir überlegt. Und dann gäbe es ja noch die Möglichkeit, hier ein kombinierendes Gehege von Makaken und Tapiern zu machen. Weil ich glaube, Makaken und Tapiere, die mögen sich. Das ist so das, was ich gesehen habe. Unser Polarwolf ist erwachsen. Geben wir dem mal das Zeug. Oh, unser Panda hatte auch Nachwuchs. Guck mal, es geht viel zu schnell. Da ist er ja. Oh, guck mal, wie süß die sind. Die fressen ja richtig hier mit in die Hand nehmen und so. So haben die doch noch nie gefressen, oder? Viel zu schnell fertig. Und dann rennen sie plötzlich alle weg. Die bewegen sich viel zu schnell dafür, dass das Panda werden sind. Ach, die sind noch hungrig. Die gehen doch zu den anderen Sachen. Wo gehst du hin? Du kleiner Rackadou. Der bricht aus. Okay, aber er kann nicht richtig ausbrechen. Das war nicht witzig. Und wer hat hier den Bildschirmkopf gemacht? Warum machen die Leute sowas? Naja, die snaken sich hier noch ein bisschen was. Die haben ja sehr viel Hunger, die Pandabären. Quing und Lock. Schon wieder hier entkommen. Ja, das mag er scheinbar ganz gerne. Dann machen wir einfach mal so. Und schon kann das nicht mehr passieren. Denke ich zumindest. Die haben wir lange in einer Transportbox. Ich hoffe nicht, dass das wieder ein Bug ist. Das ist immer so, wenn Updates sind. Dann, ähm... Ich glaube, das war ich. Wenn Updates sind, dann machen die viele Probleme. Also man könnte hier irgendwie ein Gehege machen. Mit Makaken und mit Tapieren. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob Besucher in das Gehege der Tapiere dürfen. Nicht Makaken. Ich meine Kapuzineröffchen. Wie heißt der denn? Mittelamerikanische Tapiere. Können Besucher in das Gehege gehen? Nein. Und... Achso, das ist mit hier Weißschulter-Kapuzineröffchen. Können Besucher in das Gehege gehen? Ja. Okay. Aber die mögen auch gerne die Tapiere. Deswegen wäre halt die Idee, dass wir hier so ein gemeinschaftliches Gehege dann eventuell machen. Wie dem auch sei. Lass erst mal hier ein bisschen was mit den Jaguern machen. Die sind ja auch ganz lieb und ganz nett. Lass denen auch gleich mal einen Pfleger geben. An die Hand. Eine Pflegerin, die hier sich um das kümmern kann. Jaguar. Sodass die hier auf jeden Fall ein bisschen was hinkriegt. Gleich mal hoch speeden, sodass ich die gleich updaten kann hier. Upgraden. Nicht updaten. Wir haben auch hier das Mitarbeitergebäude. Das ist ein Pausenraum. Und das ist auch nicht ganz hundertprozentig. Ah, es reicht aber, dass die Besucher das nicht mitkriegen. So richtig eingerichtet ist das noch nicht hier. Aber wir sind schon auf sechs Meter. Das ist doch schon mal ganz gut. 50 Prozent. Wir haben hier die Jaguare. Die sind dann letztes Mal noch sogar ein bisschen hochgesprungen auf dieses Kletterding hier. Und haben sich da ein bisschen bereichert quasi. Gleich mal gucken, wo die sind. Die laufen hier draußen. Oder der läuft hier draußen. Ich finde die süß. Ich finde die super. Da bin ich mal gespannt, ob wir da Babys kriegen. Die sind wohl auch ganz toll, die Babys. Die habe ich noch nicht gesehen. Dann lass das Gehege mal richtig einrichten für die. Steine habe ich ja schon platziert. Lass hier auf jeden Fall mal ein bisschen was für die machen. Nordamerika. Und Süd- und Mittelamerika. Und Biome sind Tropen, Gemäßigt und Grasland. Okay. Das ist ja krass. Die haben relativ viele Pflanzen dann zur Verfügung. Ach so Eschen und so. Krass. Krass, krass, krass. Okay. Dann lass mal gleich hier so ein bisschen Pflanzen für die machen. Dass das alles funktioniert. Dass das alles passt. Und eventuell, dass die auch Pflanzen kriegen, wo sie dann drauf klettern können. Das ist, glaube ich, auch ganz cool für die. Ja, natürlich hier auch noch ein paar Birken und so. Weiß ich jetzt nicht, ob die so gut reinpassen. Wenn wir dann sonst eher so ein Dschungel-mäßiges Gehege machen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Können hier auf jeden Fall irgendwie so einen verfallenen Baum drüberlegen, oder? Das wäre doch nicht allzu schlecht, wenn der hier so liegen würde. Können die da so rüberklettern? Was ist hier mit euch? Die sind gestresst. Dann ist das halt so. Sorry. Ah, okay. Die Pflanzen. Also es wird auf jeden Fall schon mal verbessert. Das ist doch schon mal ganz gut. Was haben wir hier? Alles mal ein bisschen für die einrichten hier. Ah, Hornbaum. Das ist ja halt auch, weil die nordamerikanisch sind, ne? Oder auch nordamerikanisch sein können. Da können die dann auch hier die ganzen nicen nordamerikanischen Bäume haben. Aber sonst generell ist das doch ganz okay. Was wir hier so einrichten können für die. Genau. Hier nochmal so einen verfallenen Baum, wo die draufklettern können. Die machen das nicht richtig. Also es wäre cool, wenn die die Animation hätten, wo die mit der einen Pfote quasi runterhängen. Die ist da leider nicht drin im Spiel bis jetzt. Was ja nicht heißt, dass die nicht reinkommen kann, ne? Achso, hier normale Seerosen geht auch. Die sie haben können. Aber die haben, glaube ich, auch die anderen Seerosen. Ich glaube, die haben ja... Es fühlt sich zumindest so an, als hätten die hier am meisten Spielraum, was Pflanzen angeht. Dann haben wir das auf jeden Fall so ein bisschen kombiniert. Dann haben wir hier diese coolen Ameisenbäume. Meine unangefochtenen Highlights hier an Pflanzen. Die auch deutlich zu Südamerika passen, meiner Meinung nach. Dann können wir hier so ein bisschen Fahnen hinmachen und so. Ihr wolltet das Ganze ja ein bisschen dschungeliger. Ich versuche jetzt, hopp die hopp top, das Ganze sehr dschungelig einzurichten. Können hier sogar noch einen Ahrheim hinstellen. Der passt überhaupt nicht dahin. Der ist schon sehr hoch. Hier so ein bisschen... Die mache ich halt gerne auf die Steine. Das sieht halt super cool aus, wenn die auf den Steinen drauf sind. Einige von denen pflanzen. Wenn wir hier noch so ein bisschen Fahnen. Dann haben wir die hier natürlich. Die sind ja... Das ist ja sehr dschungelig. Dann haben die Piñata umgerannt, die da ins Wasser gefallen ist. Mehrere Tiere leiden unter Wohlbefinden. Gehege 7. Schildkröten. Schildkröten. Was ist denn hier das Problem? Man weiß es nicht. Die sind einfach nur unzufrieden. Deswegen auch immer. Stress. Die haben Stress. Ich kann es schon sehen. Es sind halt viele Besucher hier. Dann müsst ihr mit leben. So. Tiere. Mehrere Tiere sind gestresst. Das auch neu. Das wir auch neu. Dass die so gestresst sind. Lass uns zurück zu unseren coolen Jaguern. Wie gesagt. Ich finde es nice, dass man hier so ein paar verschiedene Pflanzen hinmachen kann. Weiß jetzt gar nicht, wie das ist hier drin. Ob ich hier drin noch einen Baum reinmachen soll. Ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch. Wenn man da mal ganz ehrlich ist. Ich kann halt hier so zwei, drei von den Pflanzen reinmachen. Aber so generell Bäume ist ein bisschen unrealistisch. der Liane kann man hier drin auch noch mal reinmachen oder so. Das wäre halt noch cool. Können die ja auch dran klettern. Ob sie es tun, ist eine andere Sache. Aber die hätten die Möglichkeit. Glauben nicht, dass sie da dran klettern. An der Liane. Aber die haben die Möglichkeit. Und darum geht es mir. Hier noch ein bisschen was. Hier noch ein bisschen was. Ihr wolltet es sehr dschungelig. Ich versuche es jetzt ein bisschen dschungelig zu machen. Hier das Gras geht auch noch. Achso, sogar das hier geht. Weil es ja nordamerikanisch ist. Das ist doch auch wichtig. Dass man hier ein bisschen kombinieren kann. Combination. Hier hinten fehlt noch irgendwas. Was geht denn noch so? Das geht auf jeden Fall. Diese kleine roten hier gehen. Gibt noch mehr Futter. Heftig. Die fressen die ganze Zeit. Palmen. Kannst du auch mal hier hinten hin machen. Wie sieht es jetzt aus für den Besucher? Ja, hier vorne fehlt natürlich einiges. Machen wir mal so. Aktuell sind auch keine Besucher hier irgendwie. Warum eigentlich nicht? Sind die dritten? Nee. Hm. Gar keine Besucher hier. Sehr komisch. Die müssten doch eigentlich neue Tiere immer feiern. Die Besucher. Eigentlich. Keine Ahnung, was da los ist. Die haben keinen Bock auf Jaguar. Also generell ist das doch gar nicht so schlecht jetzt mittlerweile, oder? Die können bestimmt noch irgendwas mehr haben. An Pflanzen. Ist schon sehr schattig, das Ganze jetzt. So, auf jeden Fall. So richtige Bäume-Bäume habe ich irgendwie nicht so richtig, ne? Ich habe den da halt. Okay, das ist auch süß. Eine Ulme würde noch passen, irgendwie. Hier hinten hin. Da klettert er auf jeden Fall hoch. Da sind auf jeden Fall krass viele Bäume jetzt drin. Und dann kann man halt hier sowas noch anmachen, immer. Ne? Auch wenn man es hier an der Oberfläche anpasst, dann passt das auch ganz gut. Auch hier so von außen noch. Einfach, weil es passt. Zum zum Gehege und zu den Dingern hier. Hier so einen gibt es noch. Kannst du hier nochmal so hin machen. Und dann bist du schon ziemlich gut eingerichtet für das Gehege hier. Es sieht schon sehr dschungelig aus irgendwie. Nicht so hundertprozentig hier hinten. Hier drinnen weiß ich jetzt nicht, ob wir noch mehr einrichten müssen. Es ist halt Backstage. Man darf das nicht vergessen. Das da sieht man als Besucher nicht. Und selbst wenn man das hier sieht, ist ja nicht so mega viel, was hier in der... was hier drinnen sein muss. Bisschen mehr Schlafplatz noch vielleicht. Aber generell ist es ja so, dass wenn die drinnen sind, ist ja eigentlich immer immer sehr steril gehalten, weil die sich ja eigentlich nur hier drinnen entspannen sollen. Dann haben wir hier drinnen ja halt auch nochmal Futter und so. Aber sonst ist das auch okay. Könnten hier drinnen auch Bildschirme reinmachen oder so, aber das kann ich auch noch machen, wenn das Dach drauf ist. Dann machen wir das Dach einfach nämlich wieder drauf. Und dann säen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen an. Sieht ja wie gesagt nicht so hundertprozentig aus. Da geht ja noch einiges hier mit den Pflanzen auch an der Seite und so. Aber das kommt, würde ich sagen. Das kommt mit der Zeit. Ja, okay. Das vielleicht eher weniger cool. Und das Doofe ist halt auch, dass hier der See nicht so richtig reingeht, weil das hier nicht tief genug ist. Aber das kommt auch noch mit der Zeit. Predicte ich jetzt einfach mal. Und die Mauer, da kann man irgendwas Schönes nochmal machen und so. Also ich sehe da, ich bin da nicht so schlecht gestimmt. Und dafür nicht vergessen, es ist halt auch immer noch ein Zoo. und kein Wildlife Park. Und Zoos machen viele Sachen auch praktisch und viele Sachen auch, auch dass die, ja wie gesagt, wenn es vor den Kulissen ist, also wenn die Besucher es sehen können, dann ist es schön. Dann wird meistens schön gemacht. Und wenn es nur Backstage ist, dann sind die Sachen meistens eher praktisch, mehr schlicht. Okay, die Leute stehen hier und gucken sich hier die Tiger an. Hätte ich beinahe gesagt hier, die Jaguare. Ich finde das gehe hier gar nicht so schlecht. Man kann natürlich hier hinten, muss ich noch ein bisschen was ausschmücken. Sodass das noch ein bisschen besser reinpasst in die ganze Geschichte. Aber so schlecht finde ich das jetzt nicht. Hier ist halt ein bisschen erhöhter Weg und so. Hier in die Mitte kann man noch eine Pflanze reinmachen. Irgendwas Baummäßiges. Gerne auch diese neuen Bäume. Sind die das? Ne, sind auch neu. Das sind nicht die, die ich meine. Ich meine die hier, ne? Ne, auch nicht. Ich meine die. Ganz genau. Kann man halt einiges einiges regeln. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr findet das auch nicht so schlecht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und es ist nicht das letzte Jaguar-Gehege, das wir einrichten. Da kommen ja noch hoffenweise mehr. Hoffe ich zumindest. Die machen auf jeden Fall Spaß. Und gerade im Franchise, wenn man da die, die, äh, die Panther versucht zu züchten und so, die kannst du hier im Sandbox ja auch versuchen zu züchten. Ist natürlich nicht ganz so leicht. Aber, das stelle ich mir auf jeden Fall gut vor. wenn man da ein bisschen was, ein bisschen Zeit investiert. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, ein bisschen Sound reinzukriegen. Ein bisschen was über die Jaguare zu erfahren hier drin. Vielleicht auch ganz nett. Dann hier draußen natürlich noch mal eine Infotafel. Hier werde ich das auf jeden Fall ein bisschen verstecken noch. Sodass die Leute da nicht die ganze Zeit reingucken können. Was bei Planet Zoo natürlich egal ist. Die Leute können immer reingucken. Aber man kann es ja wenigstens versuchen, so gut wie es geht, das zu verstecken. Und hier ist dann noch mal eine Tafel mit dem Jaguar. Die geht da natürlich jetzt rein. Natürlich nicht so nicht so prickelnd. So, vielleicht. Das ist besser. Guck mal, es gibt die Möglichkeit, dass die Leute hier sich was angucken können, anhören können. Könnten die das ja eigentlich auch machen. Vielleicht. Vielleicht. Ich finde es nicht so schlecht. Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Gehege haltet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jetzt gibt es erstmal wieder ein paar ein paar Szene Medic Shorts von den Jaguaren, würde ich sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.